Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Fucking Damn Kingdom. Oh Gott. Wir haben endlich die ganzen Tempel hier, beziehungsweise die Tempel nicht, die Schreine erledigt. Das war auch ein kleiner Krampf, da irgendwie hinzukommen über die ganzen Schluchten und so weiter, aber wir haben es geschafft. Und jetzt geht's in den Tempel. Viel Spaß. Die verschlossene Pforte. Geschafft! Ja, die ist offen. Da sehen wir schon so eine Träne. Das war ja auch das, was Zelda in der Hand hatte. O-Log. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du kannst die Zeitumkehr jederzeit anhalten. Cool. Die Fähigkeit, die Bewegungen eines Objektes rückgängig zu machen. Man nennt die... Man nennt sie Zeitumkehr. Und Zelda ist verschwunden. Auch ich verstehe nicht, was genau hier passiert ist. Womöglich war es ein Echo ihres starken Willens. Aber ich bin mir sicher, dass du diese Fähigkeit nicht ohne Grund erhalten hast. Das hoffe ich auch. Dann lass mal kicken, was wir hier, was wir hier, ähm, ne? Ich verstehe es schon. Ah. Ach so, okay. Behenden ist mit L? Das müsste ich ja nochmal machen, hier bei dem Kram. Das geht so lange, bis dieser Kreis da wahrscheinlich abgelaufen ist, ne? Die Statue der Göttin zeigt ein mildes Lächeln. Sehr mild. So. Hier will ich rein. Ach, du heiliges. Das. Ah, okay. Das ist ja eine super interessante Mechanik. Dies ist ja schnell eine Lebenskraft auf die Probe. Ja, das heißt, ich muss Herzen sammeln. Bevor ich da reinkomme. In deinem geschwächten Zustand ist es fraglich, ob du der Herausforderung erwachsen bist. Es existiert aber noch ein weiterer Schrein auf dieser Insel. Wenn du seinen Segen erlangst, könnte es genügen. Ja, na super. Jetzt muss ich hier wieder raus, oder wat? Ah. Jeder Schrein hüttet ein Segeslicht. Wenn du diese sammelst und der Göttin darbietest, wirst du womöglich gesegnet. Ja, vielleicht. Bitte zeige mir deinen Purapad. Jetzt markiert der mir wahrscheinlich die weiteren Schreine, wa? Teleport-Funktion. Ah, cool. Okay. Ah, na? Solltest du dich jedes Set zu diesem Symbol teleportieren können? Mach ich. Im verbleibenden Schrein. Hm. Okay. Das heißt, ich kann mich jetzt da... ...ahin porten. Hm. Kart. Teleportieren. Das geht. Ah ja. Okay, cool. Also tatsächlich kann man das, ähm... ...wie auch in Breath of the Wild ...hier machen. Dass man sich portet. ...vergessene Himmelsinseln. Ah, okay. So. So. Was gibt's hier Feindes? Können wir dann hier mittlerweile die Zeit umkehren? Das müsste ja eigentlich dann... ...machbar sein. Vielleicht können wir aber... Also. Ich weiß nicht, ich würde mich gerne ja... ...durch die Decke nach oben irgendwie porten. Aber ich würde mal gucken, was hier... Ach, ich will... Das ist mein Anfangs... ...äh... ...gebiet. Hier bin ich aufgewacht. Alles klar. Das ist voll geil. Voll cool, Mann. So. Was ist das? Das ist die Karte? Hä? Ach so, die wird gleich dann so geöffnet. Okay. Was ist das? Game over? Ach, hier bin ich gestorben? Okay. Oh, oh, äh, ähm... Nee, okay, das war... ...nicht richtig. Das Ding dreht sich so rum. Muss ich da rauf? Ja, das dreht sich beides andersrum. Okay, alles klar. Okay. Oh, warte mal. Wie weit können wir denn... Ah, da ist was. Guck mal an. Was will er mir erzählen? Wahrscheinlich etwas, was ich schon weiß. Eine Batteriemaschine. Wenn ich Zusatzbatterien für dich herstellen soll, gib mir Sonne eine Geekast-Halle. Na, ähm, na ja. Warte, wer noch 100 von benötigt. Okay, verstehe. Wahrscheinlich, wenn er schon hier ist, ne? Dann brauche ich die wahrscheinlich, um den Schrein zu bestehen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Dann sollten wir hier auch ein fehlendes Herzteil irgendwie finden, ne? Oder zumindest einen ganzen Herzcontainer. Umkehr. Ja. Das... Hm, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das wird auch angezeigt. Wie, das Ganze zurück? Alles klar. Das ist... Das ist ja geil. Oh, das... Das gefällt mir ein bisschen sehr gut, muss ich sagen. Äh, so, jetzt vielleicht. Ich liebe die Mechaniken. Ich liebe sie einfach. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das noch super knifflig wird. Auf komplett verschiedenen Ebenen. Das noch super knifflig wird. Und ich kann mir die Mechaniken ebenfalls ein bisschen verweb. Warte, wie? Ach, ähm Muss ich die aneinanderkleben, eventuell, die Dinger? Muss ich gleich mal gucken Die sind doch nur Ah, da, guck an Hm Okay Okay Okay, krass Oh, Besucher Ich wollte kurz sagen Null Besucher Sag Lob für, dafür, dass du es bisher geschafft hast Danke Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht Okay so schön schön möge das segens licht dir kraft schenken diese kleinen jingles finde ich sehr sehr cool gemacht so und damit können wir glaube ich zurück zum großen schrein ich bin mir da fast sicher hier geht es wohl dann genau ach so können wir wieder fliegen nice nee das wollen wir gar nicht machen brauchen dieses teil oh shit wir können ja hier ganz normal oh nein hier fliegen wir ja runter das wollen wir noch gar nicht nein nein ist egal oder wir legen das einfach noch hier hin das macht ja gar nichts nicht runterrutschen oder es egal wer stimmt oder bestimmt mach mal die karte auf so dann können wir doch hier wieder zurück richtig ach so wir können da gar nicht nein wir können so nicht importen kann ich denn von hier hinten ne von da aus fliege ich ja da runter ich muss mich ja irgendwo hin porten können teleportieren dahin geht das dann geht es auch mach das einfach mal dahin was so weil dann können wir uns ja vielleicht sogar von hier aus da irgendwo hin können wir jetzt können wir hier jetzt runterspringen und nicht sterben durchaus okay das haben wir ein paar folgen davor versucht aber dann ist das tatsächlich so dass wir dann noch nicht runterspringen durften dann lass uns mal ganz normal die treppe hochlaufen und dann zum schreien ne zum schreien nicht ist ja quatsch zum tempel mein natürlich okay wir sind ja auch schon mit allerhand fähigkeiten so ausgestattet sollte also klar gehen dass wir jetzt hier rein dürfen aber da lässt er uns erstmal mit dem cliffhanger hier rein weißt du und dann ne da fehlt noch was du musst doch mal umdrehen okay achso ich muss das erst lösen bis ich das nächste halt machen kann du hast herausforderungen bestanden und segenslichte erhalten vier Stück also vier sind ein herz wenn ich das jetzt mit dir bestanden habe ich hab bitte herzen ja natürlich wer gibt das sie dann probieren wir das ganze hier nochmal das ding ist nur sind unsere herzen danach wieder aufgeladen oder müssen wir dann extra auch noch was essen um die wieder aufzuladen dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Du hast es geschafft. Die Pforte steht nun offen. Dein Körper wurde vom Miasma in Mitleidenschaft gezogen. Noch besitzt du nicht deine alten Kräfte. Doch die segensreichen Lichter, die du in den Schreinen erlangen konntest, scheinen die Verderbnis in dir schon ein Stück weit geheilt zu haben. Unsere gemeinsame Zeit war nicht sehr lang, aber es war mir eine Ehre, dir zu begegnen. Zeldas Beschreibung war zutreffend. Bitte kümmere dich um sie. Ich verlasse mich auf dich. Und dann bist du verlassen. So wie ich jetzt. Ah, okay. Werden wieder aufgefüllt. Alles klar. Das Ding ist jetzt nur... Oh, warte mal. Vielleicht Zeitumkehr? Ist die... Weil die Brücke ja kaputt ist, ne? Da können wir die ja mit der Zeitumkehr wieder reparieren. Könnten wir hier theoretisch wieder zurück? Ja. Achso. Ich kann da also kompletto... Warte mal. Ich komme mir gar nicht mehr zurück dann, ne? Bin ich jetzt da runter? Gehe und da hinten hin. Ich weiß nicht, ob wir nochmal... Wow. Was ist das denn da hinten? Ähm, ich weiß nicht genau, ob wir dann jetzt da hingehen. Weil wenn wir da unten stehen, können wir uns sicherlich da durch diese Deckenwand hochbohrten. Ähm, aber... Sollten wir vielleicht nochmal gucken, was so ein bisschen hier... ...zu dem Grund ist vielleicht. Zu den Crocs zum Beispiel. Da kann man ja noch was bauen. Den kann man ja zu seinem Freund quasi hingeleiten. Ich mach das einfach mal eben. Wir sehen uns gleich wieder beim Croc, würde ich sagen. So. Und hier sind wir bei dem... ...Croc, der zu seinem Freund möchte. Und der ist da auf der anderen Seite ganze Leune, oder was? Dann basteln wir hier ein bisschen was zurecht, würde ich sagen. Und zwar kleben wir... ...was Klebriges... ...zusammen. So. Ich kann ihn bestimmt auch... Oh, ach was. Welch ein Schock. Kannst du bitte sanfter zu mir sein, wenn du mich hier... ...wenn du mich sehen kannst? Äh, ja, kann ich. Ja, ja. Das kennen wir ja schon von da eben. Ich wollte dich doch... Äh, also... ...das ist geil. Das ist geil. Uh oh. Also, ich hätte den auch mittig, äh... ...platzieren können eigentlich, ne? Ja, was auch, dann machen wir das mittig. Ach, komm. So. So. Okay. Okay. Höllo. Okay. 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 Ja, jetzt geht's doch los. Spannende Sache, das. Können wir? Ja, können wir. Ah, siehste, da bekommen wir sogar zwei Samen für. Vom feinsten. Tschüssi. Sehr gut. Okay, nice. Habe ich nicht irgendwo gesehen, da gibt es nicht irgendwo noch einen Krog, der so ein bisschen Hilfe benötigt? War das nicht irgendwo noch? Hm, oder ich habe mich tatsächlich da so ein bisschen verguckt. Ich weiß es nicht. Ähm, gut. Wir werden jetzt nochmal zurück. Das wollte ich nochmal machen, damit wir es ein bisschen holsterer haben. Wir können ja jederzeit, glaube ich, hierher zurück. Na klar, wir können jetzt ja von unten vom Boden aus so ein Gerät bauen, damit wir hochfliegen können. Sollte er funktionieren. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.